So, herzlich willkommen liebe Freunde des Computerspielens. Es haben sich ein paar Mal wieder LOL gewünscht und ich wollte jetzt auch nochmal sozusagen alle Spiele in die Richtung machen und gucken, wie viele Views die unterschiedlichen Games so kriegen und wie viele Reviews und also um einfach zu sehen, was am liebsten wirklich gehofft wird, nicht nur in den Comments, sondern was sozusagen die meisten Views kriegt und wo auch das beste Feedback kommt und einfach um für mich zu sehen, was so einfach ihr sehen wollt. Deswegen spiele ich jetzt sozusagen gleich ein LOL-Game. Ich werde das meinen Mates nicht sagen. Wir spielen 5er Ranks. Um ehrlich zu sein, haben wir das Spiel schon gespielt, aber ich werde euch nicht verraten. Ich wollte eigentlich das noch davor machen, dann haben wir aber einfach angefangen, dann habe ich einfach angefangen aufzunehmen. Ich habe denen nicht gesagt, dass wir aufnehmen. Ich habe sozusagen einfach so gespielt, als würden wir spielen und wir haben uns einfach die ganze Zeit gegenseitig geneckt und uns geärgert und so, wie wir es halt immer machen. Jetzt wollte ich euch sozusagen mal einen Einblick geben, wie das so bei uns ist. Wir haben halt schon ziemlich durchsichtig rumgetreut. Es ist auch was Lustiges passiert in der Champ Select, ihr seht es gleich. Ich wünsche euch einfach viel Spaß. Wenn euch das Video dann gefallen hat, also ich weiß nicht, ob ihr es bis zum Ende guckt, ist ein interessantes Game, kann ich euch versprechen. Durch dieses Game entscheidet sich, ob wir in die Gold-Promo kommen oder nicht mit diesem Team. Mit unserem zweiten Noobusters-Team ist ein bisschen Ironie drin, sind wir schon Gold, weil wir dieses erste Noobusters-Team haben wir gegründet, als die Season angefangen hat. Da waren wir alle noch Silber und Gold und jetzt sind wir alle Platin und Gold und Ashronger Diamond mit dabei. Ja. 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 Gut, Leute. Ich hoffe, euch gefällt es. Viel Spaß beim Zugucken. Ich spiele Galio. Bis denn. Cheese. Bis gleich sozusagen. Ihr seht es jetzt. Okay, ich muss, glaube ich, wieder jetzt Rage-Criten, wenn du ja so banst. So wie beim letzten Mal. Ja, was weiß ich. Nein, ist okay, ist okay, ist okay. Soll ich beibanen? Ja. Einer sagt ja. Ja, hau weg, die Scheiße. Ja, ban doch auch noch Syndra und Ori, dann hab ich gar nichts mehr. Okay, Syndra und Ori, weg damit. Ja, aber ich finde, Varus ist auch noch zu OP. Deswegen ban mal Varus. Nein, nein, Bowie, Bowie. Oder Baum, oder Baum. Braum, ja, Braum. Nein, Baum. Baum oder Braum, beide. Baum oder Braum. Mach mal Braum. Kannst du Braum spielen? Ich hab ihn nicht, ne. Dann ban Braum. Ja. Aber Tori kann auch Baum nicht spielen, deswegen. Weil du musst supporten. Und Baum ist Tronk. Nein, musst du nicht. Baum ist Marokai, du spielst top. Marokai wird top gespielt. Ah. Achso, ich hab die Morgana, Neon, Trash und keine Ahnung. I like Morgana. Dann haben wir Braum doch nicht banen müssen. Ranked. Soll ich, ich hab mir Asier gerade gekauft. Soll ich die mal spielen? Ja, mach mal bitte. Okay. Challenge accepted. Nein, ich hab ihn noch nie gespielt, deswegen lass ich's lieber. Äh, soll, was soll ich picken? Aber er sieht irgendwie richtig fun aus, so Fiora-mäßig. Was soll ich picken? Hä, bist du bei dir schon dran mit picken? So, Most Band Champions mit Yasu. Ja. Ich auch? Ja. Ja. Nein! Doch. Hab ich bei... Hab ich Blitzcrank ausgewählt bei euch? Nein. Soll ich Morgana picken? Okay, soll ich. Ja, Morgana. Jetzt bin ich wieder. Ja, Morgana. Was soll ich spielen, Leute? Was? Was? Galio? Ich kann eigentlich... Hal? Ich hatte noch 35 sekunden bei mir. Ach, Junge. Weißt du, du hast schon gemerkt, dass du lagst und dann fängst du anzutrollen. Ich hab nicht gelaggt. Das war irgendwas anderes. Das war ein Bug. Ich kann Galio. Ich hatte noch 10 Sekunden zu picken und du sagtest, oh, jetzt kann ich auswählen. Jungs, was ist das Geruhigste? Was ist daran das Schlimme? Hä, was habt ihr denn gegen Galio? Galio ist strong. Jetzt ohne Scheiß, Galio kann strong sein. Ich habe ihn zwar noch nie gespielt, aber ich glaube, ich bin gut damit. Oh man. Du magst die Q und dann die B oder E. Oder du spielst Galio Support und ich kann Morgenda mitte spielen. Nix da, ich habe nicht mal Galio. Nein! Maurice ist gekommen, aber wir sind E5. Okay. Maurice könnte jetzt Red und Galio spielen. Kann irgendwer von euch Galio spielen? Ja, ich. Aber ich bin Jungle. Wirst du dann mitte gehen? Jungle, Galio, okay. Ja, aber Galio bin ich halt irgendwie scheiße, vor allem mit meiner neuen Maus. Was ist das mit deiner Maus? Ja, sei ehrlich. Also würdest du, würdest du, würdest du Galio mitte spielen oder junglen? Nein, nein, das machen wir gut. Ich, ich, dann bin ich aber junglen, ne? Leute, Galio, Galio Top ist New Meter, letztendlich. Er sagt New. Ja, Galio Top, ne? Tori, willst du Top spielen, Galio? Äh, nein, ich würde ihn, wenn er mitte spielt. Alter, Maurice, treu nicht. Ha, er hat keine Topfau, doch. Verstehe ich nicht, warum er nicht redet. Ich habe keinen Bock auf dich. Also, willst du jetzt Top spielen mit irgendwas, Max? Nee, du spielst den Top. Nein, ich spiel nicht Top, das kannst du vergessen. Echt nicht? Wieso nicht? Ich werde dich nicht gegen Adi spielen. Das kann doch nicht irgendwas spielen. Max? Wenn du junglen willst, kann ich auch Galio mitte. Nein, ich spiel Galio mitte, das geht. Es tut mir leid, ne? Ohne Scheiß, ohne Scheiß, bei mir haben wir wirklich noch 30 Sekunden für Pick. Das war halt ganz komisch. Du hast schon gelegt, du wusstest, dass ich lag. Ja, aber dann callt mir doch, dass ich nur noch 3 Sekunden habe. Wir dachten, du bist obviers. Vor allem, weil du so gedacht hast, so von mir so, ich switch gleich wieder. Vor allem so, wen soll ich spielen, wen soll ich spielen? Ich dachte, du machst das schnell. Also hast du gleich eine Zeit wie mir. Ja, ich dachte, ich habe halt noch Zeit. Das hat sich vor allem so übel, es hat gerade übel in die Zeit gepasst, so als würdest du so einen dieser rumswitchen, die wir Momente haben. Ja, hätte ich vielleicht am Ende noch gemacht, aber bei mir war noch nicht Ende. Ja, egal, hallo, ich meine, Galio gegen Ari ist voll gutes Matchup, oder? Nicht? Nicht? Hitler dachte auch, er wäre stark gegen Polen. Oh, dude. Hä, haben wir Polen? Hat Hitler Polen nicht einfach überrannt? Ja. Ja, dann überranne ich die Ari da jetzt auch. Ich wollte dich ja mal hier. Tori mag TP, vielleicht. Tori mag TP, nicht. Aber gegen Mau, Kai, du hast eh keine Kipps. Ja, ich weiß, ich weiß, er ist immer mad und hat nie TP. Ich bin Twitch-Credit. 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 Ich bin Twitch-Credit-Credit-Credit-Credit-Credit-Credit-Credit. Ich bin Twitch-Credit-Credit-Credit. Er hat keine Talk-Power. Ja, Tori, jetzt hast du keine Talk-Power. Warte kurz. Warte kurz, da. So, Tori. Weiß ich nicht. Hey, Tori, sorry. Ah, er hatte ich schon... Hieß du eben auch schon Toritox, oder hast du gerade gemacht? Er heißt immer Toritox im Moment. Er hieß gerade eben feste Konstante irgendwas. Guck mal, die Gegner sind Gold und Platin. Das schaffen wir. Ja, aber ich habe noch eine Maus, also... Ja, deswegen bist du Diamond-Niveau, oder? Willst du einfach leise sein mit deiner Maus? Ja, aber die... Es ist übel komisch. Wenn ich Minions anklick, klicke ich irgendwie daneben. Dann mach deine Sense runter, oder so. Oh, es geht los. Warte, ich muss kurz... Äh, Sound leiser machen. Äh, soll ich... Was soll ich anfangen, Leute? Bei Rundern. Das ist... Äh, Dingsons. Poke-Item. Am besten mit Skill. Was bei ich mir? Dorans? Wir machen Korean Invade-Taktik. Das Spell-Rief. Das... Ja, genau. Oder wir machen die japanische Version. Ja, wir sind auf 98 LP. Wann sind die... Das wollte ich sowieso fragen. Wenn ich jetzt mal hier mit euch auf dem TSF-Gedinne. Wann sind... Die... Wann fängt die andere Gruppe an zu spielen? Äh, morgen. Welche andere? Achso, morgen. Ja, 11 Uhr. Hab ich heute recherchiert. Hab ich dir gesagt. Ey, warum könnt ihr alle so viel zu tun? Ich kann genau ein Game pro Tag spielen. Oh, fast getroffen. Ich weiß, ich dachte, er läuft weiter. Was skill ich denn? Skill ich mein... Alter, egal, sie riecht geil aus. Was? Ah, ich hab sie getroffen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich war so schlecht von denen. Wer sagt, Galio ist nicht OP? Ey. Ja, ich... 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 Ich hab sie einfach richtig gebaitet, Mann. Und guck mal, wie geil Galio aussieht, einfach. Guck mal, ich tanze. Herzlichen Glückwunsch. Bist du irgendwie stoned oder so? Ne, ne, und schatz, Walzer, oder was? Max, zurück mit dem Spawn. Guck mal. Und... Er macht sogar Tanzschritte. Sehr nice. Boah. Party... Äh, nicht Party. Hey, Max, das ist wirklich first time Dingen. Ja. Also ich weiß, dass dein Shield dich auch healed. Welches? W? Ähm, ja. Dein W... Welches? Ja, ich hab das in dein Shield. Was mein Schassi will, Galio converts 50 of his magic resist into ability power. Nice. Ich stack... Abil... Amor. Ich stack Amor einfach. Ja, das ist doch geil, eigentlich. Nicht geil. Also... Ja. Oh, ich hab den Dutch predicted. Wer? Phantom Lord. Gott sache, du guckst dir sowas zu. Go. Auf geht's. Ne, das hab ich früher geguckt. Hä, Phantom Lord ist cool, ja. Ich find Phantom... Der kann aber nix. Der viewbottet immer. Okay, können wir uns jetzt mal auf den Dingens machen? Oh, ich ficke die Ari in der Mitte gerade. Was kauf ich? Du hättest gerade gedacht, du hättest Auto-Attack von einem... Ja, also... Nicht so ranlaufen und dann... Ranged. Ja, genau. Liegt auch in deiner neuen Maus. Ja! Was, geh ich zweites E? Und Q hoch, aber, oder? Ja, ja. Ne, das liegt daran, dass ich in der Schule keine Zockersprache mehr spreche. Ah. Du drückst dich jetzt nur noch elaboriert aus. Boah, an dir. Hauptsache. Ah, shit. Ich hab ne falschen. Nice. Neulau. Ich muss mir einen anhitzen. Ne, muss ich nicht. Ja, aber der Gegner hat auch kein TP. Nice. Ah, ich bin schlecht. Also, was macht jetzt mein Cheat? Kannst mir wer erklären? Ich kann nicht lesen gerade. Es gibt dir Armor, es gibt dir Magic Persistence und jedes Mal, wenn du getroffen wirst, heilst du dich für einen bestimmten Wert. Nur wenn ich getroffen werde, während ich die Armor hab. Beziehungsweise, wenn die Person, die geschildert ist, getroffen wird, heilst du dich. Ach, ich kann das auch auf andere machen. Ja. Der Ari? Morgana-Galio ist eigentlich voll die gute Combo. Jetzt auf die da. Ja, ja, ja. Ich hab klar. Easy Galio-Plays! Schön. Ich hab euch gesagt, ich bin gut mit dem Champ. Warum hittest du ihn nicht? Du hättest einfach nur einen Out-Hit machen müssen. Hä? Jetzt stirbst du doch für Scheiße. Mist. Ich dachte du da hast den. Nein, ich hatte ihn nicht. Niemals sowas machen in Ranks, dude. Niemals den. Einfach. Ich hab irgendwas. Es ist scheißegal, wer den Kill bekommt. Ganz kurz, was kaufe ich mir? Was kaufe ich mir? Einfach unholde Grey? Okay, sorry, 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 sorry. Ich bin nicht gut. Du kannst aber auch auf dieses Leandras Qual-Ding gehen. Oder ich geh Abysse danach. Goldfehler, goldfehler, goldfehler. Weil ich brauch... Ich denke, ich kauf mir ein bisschen Magic, wißt du das? Braucht man erst dieses Spellteeth zu Ende oder Instant Hourglass? Nein, du brauchst das Spellteeth und Sidestone. Das sind zwei Erste. Wenn du 1600 Gold hast, dann kaufst du dir auf jeden Fall den Dings. Du hast ja drei fucking Items. Ja, ich hab ja auch schon drei Kills. Ey, meinte ich ja, meinte ich ja. Nicht die... Wie, ihr habt drei Kills? Was macht ihr denn da? Ja, ihr habt drei Kills. Durch die... Durch das Early Game. Und jetzt haben die gerade zwei abgegeben durch... Eben gerade ein Fail. Okay. Jetzt beide überleben können. Ey, einfach nur bei der Bubble-Ehen, oder? Äh, Marc? Ja, absolut. Ich mord mal da rein, Pink, und du machst dann irgendwann da, okay? Ja. Auch kein Frontchamp. Frontchamp. Alter. Ich kann dich schon fast run-shotten hier. Max, die hat voll nice. Nein, nicht mal die Minions. Ach doch. Ja, fuck. Ich muss mal gucken, wie viel Damage ich hier mach. Oh, fuck. Maukei ist Strong-Champ, und ich hab gar kein Kill-Potential. Hä, du bist fucking... Du bist fucking Dings. Natürlich bist du stronger Early. Ja, aber du hast gemeint, ich hab kein Kill-Potential. Das hab ich gesagt. Ich bin auch mal geordert. Ey, wenn du sie ein bisschen da behal... Oh, du killst sie. Sie ist tot. Nein, dieser Flash, den sie... Ey, ich hab Ulti mitte. Komm, jetzt. Ey, yo, warte. Ich bin grad top. Deswegen sag ich, komm jetzt. Ja, aber... Ich hab Ulti sie nicht. Aber ich bin doch so top. Jetzt komm ich. Ja. Ja, wir brauchen Hilfe, Bot, ne? Yo, ich komme. Probier grad nur mal beim... Yo, nein, komm! In dem Busch ist geordert. Komm einfach hin. Ich weiß, ich kenn die Range allerdings nicht. Oder in meiner Ulti, warte. Okay, okay. Wenn du sie dingst, krieg ich sie. Warte. Ah. Komm, halt! Alter. Ja, egal, ja... Tadamu! Ja, was? Ich follow dir jetzt und stehe dir alles. Ich bin Galio. Spaß. Nein, nein, nice toy, nice toy. Ich mein, die Ari muss jetzt back durch meinen Bait für dich. Oh, fuck, ich werde gegankt! Ja, ich bin grad bot. Sollen wir da chasen? Hast du Ulti? Nee, ne? Schade. Ja, das ist doch schlecht, man. Ich kann nicht erwarten, dass du Ulti hast, wenn du runterkommst. Nee. Das war jetzt voll der Waste. Verpiss dich. Wir haben gar keine Chance ohne deine Ulti. Echt? Nee. Okay. Die Out-Kite nicht einfach. Du bist ein fucking schlimmer als Mieber. Ah, ich werde schneller, wenn ich Ehe vor mir, ne? Okay, das ist gut. Ja, dein ganzes Team wird schneller. Also... Aber nur, wenn sie da laufen. Macht das auch noch... Damage? Das ist mal auch ein bisschen Damage. Geschirr zu verhindern die Champion. Armour und Match. Oh, man kriegt richtig Stats damit. Each time the unit's stuffers Damage, das ist hier etwa. Ah, okay. Mein Pink wurde immer noch nicht geplaced. Ich bin ein Noob. Egal, ich hab 20 Lastes mehr als die Ari ist okay. Du brauchst so einen Bluebird? Ich werde hier unten Damout farmt. Weil, ja, die haben ziemlich viel Pressure und wir haben irgendwie gar nichts. Ich bin halt dann jetzt gleich 6. Ich komme auch für den Blue, ne? Auf Level 6 können wir sie vielleicht fighten, wenn du irgendeine geile Ulti landest. Und ich schaffe meine zu treffen. Ich habe 15 Sekunden wieder Flash. Hau mal runter, dass ich ihn kuchen kann. Keine Lust jetzt rumzulaufen. Noch mehr? Nein! Oh, Miss-Clicks! Dankeschön. Warum hast du ihn angehütet? Du stirbst jetzt. Oberabosch ist geawardet. Ich hab halt jetzt schon mal irgendwie Stun oder irgendwas. Die haben die schon längst gesehen. Warte, ich komme mal von hinten nochmal. Oh, da ist eine Elise. Aber die kann... Max, siehst du das? Ja. Ich ping-warte jetzt hier rein. Wenn die kommt. Die kommt. Max, kommst du auch? Egal, ich kann ihren... Ich bin da. Das ist mit einer der Gründe beim Weg. Wir können die gegen die gar nicht traden, weil unsere Trades gehen komplett wieder zurück. Ja, wegen diesem Heal, oder? Äh, in eins. Ja, egal, du hast den Double-Buff. Oh, my word. On my way, on my way! Lass, 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 ich hab sie. Trotzdem geht sie da weg, wo ich predicte, dass sie weggeht. Ah, Team-Play, Leute, Team-Play! Okay, der Pink, ähm, ich hab Ulti. Aber hast du die Flash-Ulti gesehen von mir einfach? Ich hab auch Flash-Ulti, du magst sie noch. Oh, dann müssen ich mal Wurf doch zwei Kills und mir Tau vielleicht. Oh, ich hab Flügel. Wo ist Top, wo ist Top, wo ist Top, okay. Ähm, ja, ich brauch irgendeinen Grund, damit ich weggehen kann, weil ich hab genug Gold. Ja, das ist doch ein schönen Grund. Ja, aber die werden hier grad in den Tower gepusht. Get away, wow. Mate. Das war ein bisschen sehr greedy von dir. Von mir? Nee, von dem Lane-Partner hier. Niemand redet mit dir. Ich bin fucking gar, Leo, Mann. Das war ein fucking nice E. Und scheiße, ich mach ja halt echt damage nice. Tom, komm, du weißt, dass du grad kein Wort hast, Bro. Ja, aber Elise ist ja grad Mitte. Du weißt, dass du mich nicht ganken. Ja, okay. Ja, irgendwie schon. Nein. Wo war Elise grad? Ich hab's irgendwie grad vorab. Mitte. Sie ist jetzt nach unten weggegangen. Ja, wow. Das macht keinen Unterschied, ob... Ich denke, sie macht grad Waves. Oder ihren Buff. Ihr Buff sollte auch grad da sein. Dann macht ihr den Buff. Du hältst die Lane, ich geh back. Ja, und danach kommt sie vielleicht wieder zu mir. Ja, Galios werden gerne gebadysitged, das hab ich gelesen. Hä? Achso, von enemies. Ja, weil Galios strong-tramt deswegen. Ey, ja. Der macht dir jetzt nur was, wenn du zum ersten Mal spielst, oder? Ja, und wenn du gewöhnt bist und genau weißt, was er kann, und nicht mehr überrascht bist, von dem was passiert, dann geht der Sparsam ein bisschen runter. Alter, ich spiel nicht schlecht. Die hat doch gesagt, dass du schlecht spielst. Ich hab mir nicht zugehört. Wenn du Hilfe brauchst, komm ich. Äh, Dings moved, Dings moved. Oh mein Gott, ein Maukai. Ja, move, dude. Ja, ich bin auch voll cool. Äh, Wotland ist weggegangen. Jetzt nicht mehr. Ich war ein bisschen zu spät, ich hatte ein bisschen... Naja, sorry, sorry, boys. Es gibt gar keine Vision. Ja. Die Elise hat jetzt halt... Ja, okay. Ja, die Elise ist aber trotzdem... Hast du die Pink noch bekommen, ne? Hier... Oh nein, Elise! Was ist denn? Ich bin dann so am Pink. Oh! Naja, egal. Ja, die auch tradet mich hier unten hart. Weil sie ihre Item ist halt eben viel besser bei uns kam, als ich im Moment. Ach, schade. Ähm, ich hab in 70 Sekunden wieder Ulti, aber ich bin halt trotzdem irgendwie noch ein effizienter Ganker wegen meiner E. Deswegen werde ich jetzt gleich mal Bot kommen. Ja, wenn wir hier einen Stun auskriegen, dann lohnt sich das sogar. Oder soll ich noch ein bisschen zu Max... Komm, wir wollen die Lenkwürden, okay, nein, jetzt ist ihr geordet. Ja, ich darf in der Zeit... Hier waren, hier waren nur... Ach, ne, okay, du bist ja gar nicht hier. You don't see, guys! Was meinst du, Lucas? Ja, das musst du mal gar machen, hier. Ah, ich dachte, die dodged! Weg, 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 boys, weg. Seht ihr die Elise nicht? Ich sehe sie. Okay, das war nice. Skillig eher als überhaupt? Das Problem ist, irgendwie... Ich komme, ich komme. Ich würde gern den Kill. Okay. Nevermind, nimm ihn. Lass sie, lass sie. Ich hab... Nice. Aber Leute... Oh, ich bin ja ultra schnell. Die Arye musste ulten. Jo. Weil ich einfach's... Galio bin. Das ist, weil er läuft jetzt. Galio, einfach besser, Chad. Guck einfach, guck einfach! Ich kann mal nix machen. Stell den Pink wieder da rein, gell? Ja, da steht ein Ward drin. Du hast fast doppelt zusammen. Ja, Mann. Der Blue ist auch ab. Ja, Mann. Ich geh mal ein bisschen Dragon Area Warden. Ich stelle dir hier ne Pink Ward rein. Nein! Oh, mach ich Scham. Gehst du weg, Teva? Ja. Geh, Max? Ich muss nur kurz noch die Line reinpushen. Ja. Das ist, deswegen... Ich würde ihn einfach fragen. Oh, ich hätte sie killen können. Die Dings. Geht das mit deinem Blue, Max? Ich würde ihn gern haben. Ja, dann komm, boy. Ich denke, Avi. Ach so. Ja doch, doch, der hat keine Ulti. Ja, okay, den Max, den nehm ich jetzt einfach kurz. Wird der noch... Danke, Mann. Ähm, ähm, kill. Nein, please nicht! Oh mein Gott. Ich kenne niemand den Tower, der ungefähr noch ein paar Leben hat. Glaubst du, ich kann da deffen? Nein, du konntest ja jetzt gar nichts mehr machen. Hätte jemand von Anfang an sein müssen. Ist doch okay, wir haben Mitte gekillt. Ja, aber der Tower ist jetzt weg. Ja, hätte Dings alleine deffen können? Ja, hätte er. Das war eine Wave, die er hätte clearen müssen. Boah, lass Dragon dafür machen jetzt. Jetzt. Jo, jo, jo. Ah, ich hab keinen Smile, scheiß, egal. Eigentlich nicht, aber... Brain... Ah, Nami! Aua. Matsch, Galio, hier. Oh mein Gott, ich kann dich jetzt chillen und hiel mich dadurch. So extrem, super. Good job. Ich hab immer noch keinen Stun, ja. Egal. Ja, sie ist eh nicht. Was meinst du an... Als zweites die W, ne? Äh, Jo. Was hast du als erstes gemaxed? Den... Den Stun? Ja, das ist gut. Dann machst du jetzt... Nicht dein Ernst. Was ist kein Stun, das ist ein Root. Warte, welchen Champ spielt der? Er spielt Morgana. Achso, oh, er ist Morgana. Dachtest du Amumu? Ich dachte, Amumu hätte Stun gemaxed. Oh. Tja, aber doch... Direkt Brett. Schon länger. Bitte nicht. Ari, please. Have... Field. Shield, natürlich, ne? Oder Damage, ist eigentlich egal. Ähm... Weil... Wird's mit der Def, Max? Ähm, eigentlich... Nee, in dieser Situation eigentlich eher Shield. Ja, aber nicht sterben, bitte. Nice. Bandage. Du hättest die ulten können, der hat sie können, sogar. Jetzt musst du laufen, jetzt musst du laufen, jetzt musst du laufen. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir sogar besser. Hm, ja, aber... Nein, ich will erstmal einen Tiforce fertig haben, bevor ich mir wirklich was zutraue. Ich hab mein Pinkball gemacht. Ähm, SS. Release ist Botlane. Gehen wir mal nach hinten. Die Wave krieg ich sowieso. Tussana pusht wie eine Fotze. Das sieht auch nicht so gut, oder? Ari musste wegulten. Das ist einfach so witzlos. Leider, das ist schon witzig. Äh... Da kommen... Nami und Tussana. Willi, es geht wieder in ihren eigenen Jungle. Die wollen jetzt... Vielleicht machen Ani, wort mal den Entrance, vielleicht wollen sie uns backstab. Ja. Die wollen mich. Ich... Ich kill sie aber. Wart, Wart, Kot, Roll, das fuck. Oh! Oh! Max ist halt schön damage schon für Galio. Ja, man. Ja, nur wegen dem Organer. Warte, ich tanze. Okay, Jungs, ich komme auch mal abholen. Jo, wir können das jetzt eigentlich finishen, das Game gleich. Oder bei dem nächsten... Ja. Ich habe nämlich krassen Feed und Max hat auch schon zweitens... Warte, ich habe ja immer noch mein Pinkboard. Ich weiß immer noch nicht, wie ich will es play. Ach! Aber wir können die Tristan auf jeden Fall gleich mal Tower-Diven, um dir ein bisschen Money zu geben. Ich habe eigentlich... Pass auf, äh, äh, ich will hier Lukas, ne? Ich will viel über die scheiß Tower haben, ne? Ja, lass sie trotzdem nebenbei gehen. Hier, den Blu ist ab. Den Blu ist ab. Dive, go! 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 Go, go, go! Äh, du wirst du jetzt nicht Tower-Diven, oder? Kommt, kommt ihr, kommt ihr? Jo, on my way. Nevermind. Na, war an sich gar nicht mal so schlecht, aber ich komme nicht hinterher. Ja, ja. Vor allem, ich bin schon wieder low am, äh, hart am Limit. Ist er da noch drin? Ne. Ich hab dir mal eine Ward-Gixiert hier. Mach schnell den Tower fertig. So, der Blu ist ab. Wenn du eine Bandage kriegst? Nein, vielleicht nicht. Ich hab ult. Ne, lass mal nicht machen. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ja, dann lass machen. Ah. Okay, Jungs, ich bin immer noch da. Dann ulti. Fack, das wird nichts. Ah, mein Gott. Dann ulti nicht. Ja, ich hab towerhaft, das ist tower. Okay, das war doch geil. Ich hab still, ich hab immer noch Heal ab, ne? Ja, haben wir jetzt. Lass mal Kay'n noch. Geh rein. Sind ein bisschen greedy. Oh, oh. Oh, oh. Oh mein Gott. I suck. Sie hat mein Kuh geflasht. Aber dafür kriegen wir den Tower. Ich hätte einfach Selfie... Boom. Ich will hier nicht mehr sein. Ich hätte einfach Selfie igniten sollen. Das war dumm. Ich dachte... Ne, was heißt... Ne. Ja, es war eigentlich gut. Ich hab sie hier einfach... Äh, kuhnen können. Aber dann hat sie geflasht. Was kaufe ich mir für Schuhe? Wir hatten einfach Flashed back in den... Ja, das war Overgreedy. Weg, weg, weg. Ja, oder... Ja. Oder es hätte funktioniert. Aber davon kann man hier ausgehen. Ja, oder... Jetzt sag ich mir einfach noch mehr Magic Assist holen. Warum nicht, ne? Ein Ding. Das bringt noch Magic Assist und AD. Äh, und AP. Vielleicht einfach noch ein paar Leben, Max. Ne, warum? Wenn mir das AP bringt, dann kaufe ich mir doch lieber Magic Assist. Guck mal, die haben halt... Die haben halt wirklich Elise, Nami, Maokai, Ari. Ich meine, es ist sogar ein gutes Team. Du meinst, das ist für dich ein gutes Team. Das Team an sich ist scheiße. Das Team habe ich gecounterpickt. Galio war einfach so ein nicer Pick von mir. Ja, doch. Ich kann das nicht glauben, dass das hier funktioniert. Ja, Galio, Galio, Stongtemp. Mach den mal schnell tot. Es ist einfach nicht schärfstjör zu spielen. Ziemlich stark in der Midland. Vor allem mit Blue Waffe. Du kannst nichts machen, du bist kein Gegner. Du frisst kein Damage und dient dir einfach so viel Schaden. Ja, lass mal mit dem Blupen, oder? Ich kann mit meinem E, kann ich jetzt schon die kleinen Minions kämen. Ja, ja, ich pusch schon, ich pusch schon. Das heißt, ich habe mein Wardclean-Item noch nicht geholt. Ah. Warte mal, was ist das aus? Sonst könnten wir jetzt hier... Ich habe halt jetzt kein Smeid mehr lockt. Warte, wenn wir locken, wir clean erst das Pink Ward, dann locken wir den Ding da rein. Den Ding. Ja, das Ding. Ja. Ja, gehen wir rauf, oder was? Ja, klar. Mein, mein, mein Red noch, mein Red noch. Lass ihn für mich, lass ihn für mich. Oh, ihr Lappen. Geist. Ich bin da. Halt. Ich habe zwei... Ach, fuck des Flashes. Ich weiß gar nicht, habe ich beide auch noch getrunken? Soll ich flaschen? Aus dem Teamfighter und nicht. Ich dachte gerade, wie du bist behelfen im Kampf gegen Marokai. Hey Jungs, du bist ein bisschen zu greedy. Red halt nicht. Kannst du flashen? Äh, kannst... Äh, nicht flashen. Hey Jungs, lass doch einfach Mitte durchpushen. Ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie. Keine Angst. Oder sie hat... Haha. Ja, aber Wurf, man. Ich bin einfach in die Base... Ich bin einfach in die Base geflasht. Wurk. Komm her, komm zu her. Na, ist das schwer. Ich bin tot, ich bin tot wahrscheinlich. Oder? Ne, sie... Oh, sie chased... Oh doch. Nein! Ich hätte einfach einmal queuen müssen. Sie wäre tot gewesen. Mach mal Drake, dude. Oh nein, aber nein. Ich habe nicht drauf geachtet. Oh nein, jetzt kann ich mir nichts... Oh doch, kann ich da... Warte, warte, wenn sie... Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir! Okay. Ich habe die scheiß Elise vergessen, Alter. Ich habe sie einfach vergessen. Kann ich das clean? Lass sie gehen, lass sie gehen! Ich habe sie verrecken können. Beautiful! Tschüss! Ich fühle es... Komm zu mir, komm zu mir, ich schäle dich. Oh mein Gott. Beautiful ist das. Ach scheiße, ich habe sie in die falsche Richtung geforst. Oh, ich habe Ulti. Wie können die eigentlich so halt outgeplayt werden? Was sind das für... Outgeplayt? Ja. Wir sind einfach ultra gut und mein Galio ist einfach... Vor allem die Morgana. Ja, die Morgana... Ja, ohne Scheiß, deine Picks und deine Bindings sind auch ziemlich wichtig. Zum Beispiel gerade hier auf der Trist, ne? Wir haben sie einfach für viel gekillt, deswegen. Ja, easy. New Main. Ja, aber ich habe auch gerade meinen neuen Main gefunden. Also... Ja, Heads wird TP, wa? Rollen raus, du knarrst. Alter. Stack ich einfach in Biss Hits, oder wie? Schick dich mal. Okay, Jungs, lasst das mal schnell... Naja, lasst das mal finishen, so langsam. Kein Bock mehr. Willst du jetzt die Sana holen? Nee, doch, aber es kann sein, dass meine Eltern scary werden und dann einfach so sagen... Scary. Ja, ist halt irgendwie scheiße. Ja, Mann. Hey, wieso denn? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Was ist noch für den Boss? Oh, fuck das. Du, 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 du... Oh, shit. Oh, Mann, da brauche ich nicht mehr. Willst du das da ulten? Jungs, wir groupen uns jetzt gleich mal in der Mitte. Oder den Renekton brauchen wir sogar vielleicht gar nicht. Er kann mich gehört sein, dass wir saven. Hey, hey, oh Mann, du hast meinen Red Buff genommen. Chaiver, willst du das mal ulten? Ich habe gerade schon hingeholtet und es gefällt, weil ich gedacht habe, ich müsste schnell zum Red Buff kommen. Und er nimmt ihn sich einfach. Als Armumu. Er nimmt sich einen Red Buff als Armumu. Ja, es ist halt fucking Rambo. Ich habe dich gerade nicht gehört, irgendwie. Ja. Häng dich auf. Use your head, please. Ne, ne, unermiss. Ich war Brain of God. Ja. Normalerweise Lattling wird mein AD Carries. Ich schwöre. Ja, merke ich mir, merke ich mir. Nein. Nano, Alter. Nein, bitte, Nano. Please. Get out of this area. Ey, Leute, ich gehe rein. Allein. Use your Lattling. Lol, ist das Schild riesig bei dir, Max. Nee, ist ja ein scheiß Vogel. Ich fliege den müssen auch rein. So wie das Schild des eines Mannes, so auch sein über... Nein. Wenn die dich mal ein bisschen näher zusammenstellen, damit ich ulten kann. Schreibt das mal in Chat. Eins zu eins so. Komm wieder rein. Boys. Wir müssen Venn auf die Dings. Lash da gleich rein. Let's go, boys. Oh mein Gott. Ich glaube gar nicht, was ich hier gerade mache. Das ist gerade so wie Carries, aber... Okay, können wir finischen? Ja, Mann. Geil, hier ist zu easy. Kein Bug mehr. Kann ich mir auch aus Towershots sozusagen mich selbst hochheben? Ja, kannst du. Alter. Alter. Lass mal killen hier! Ich bin so low. Yo, guys. Guck mich mal an. Aber ich hab die Balls hier zu bleiben. Sie flasht weg. Ich hatte alle meine cooldowns geused. Kannst du mal bitte nicht sterben nächstes Mal? Lass mal killen. Lass mal killen. Oh nein! Alter, geht mal raus, bitte. Ich hab ihn aber gleich wieder Oiti. Max denkt sich YOLO. Ich bin gleich wieder voll live. Oh, die haben eh's gerendert. Alter, die hätten uns was noch gekillt da vorne. Ey, Jungs, ich lade das hoch. Ich hab auch aufgenommen. Also. Yeah, Geil, du bist pro. Ja, wir haben einen Satzspieler. Hä, warum kann ich mal nicht... Ah, nice! Wir sind jetzt echt Gold-Promo. Selbst mit dem, ne? Mit unserem Zweit waren wir... Sind wir... Mit dem... Welche... Sind wir Gold-Fünf? Ja, ne? Das heißt, die sind auf dem gleichen Level, nur dass wir hier 100 Games haben. Ja, war sehr schönes Game. Ich renne da jetzt. Zack, zack. Nice, Alter. Darf ist unser Jungle? Ach, ne, unser Jungle kann ich mehr spielen, ne? Einfach die Stats. Ich stand 8, 2, 13, hatte 200 Last-Hits und... Wow. Wir sind einer zu viel. Einfach... Einfach... Ach, Colin, verpiss dich. Den lade ich jetzt nicht an. Du rauscht. Toxic kann eingeladen werden. Aber ohne Scheiß. Galio ist strong champ. Wir sind einer zu viel. Wir brauchen einen Jungle. Wer ist von euch Jungle? Ja, warum? Ramo hat doch gesagt, er will nicht mehr. Ich kann junglen. Hey, Maurice, komm rein, du Lappen. Okay, also... Ja, ich bin mal kurz zuerst gemutet. Mikrofon ist unmuted. So, Leute, ich habe ganz spontan aufgenommen. Ich werde gleich nochmal einen Vorspann machen, dass ich einfach... Damit ihr auch das davor gehört habt, dass ich einfach so aufgenommen habe. Ne, ich habe einfach einfach so aufgenommen. Ich habe schon aufgenommen, bevor ich gewusst habe, dass ich aus Versehen Galio peke. Ich weiß, ihr habt ja gesehen, es war halt wirklich aus Versehen, dass ich Galio peke. Ich habe wirklich noch nie Galio davor gespielt. Die Ari war welche Elo? Ich gucke kurz nach, Leute. Die war Gold 4. Äh, Trostana war Platin 4. Elise war Gold 2. Nami war Gold... äh, Platin 5. Und Marco war Gold 2. Das waren echt keine schlechten Gegenden eigentlich. Und wir waren so... Äh, Lukas ist noch Silber 1. Ich bin Platin 2. Der Rest ist Gold 2, Gold 2, Gold 5. Und... Also es war... Die von Teams her waren... Die hatten die sogar fast höhere Elo. Und wir haben sie einfach zerfickt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist das erste Game seit langem, dass ich wieder LoL gespielt habe. So fast seit einer Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir erstmal in die Kommentare. Das interessiert mich. Weil dann werde ich vielleicht auch mal wieder mehr LoL bringen, wenn die LoL-Videos Anklang finden. Aber ich weiß nicht, wie lange... Wie viele Menschen so lange noch gucken. Also Leute, habt noch einen schönen Abend, wenn ihr es abends guckt. Habt noch einen schönen Morgen, wenn ihr es morgens guckt. Whatever. Haut rein. Bis denn. Tschüss.